Hallo, die Artenvielfalt im Mai ist einfach atemberaubend. Es gibt so viel zu entdecken und genau das machen wir jetzt auch mit euch. Also kommt mit raus in die Natur. Diese Pflanze hier steht total auf Positivity. Es gab mal so eine Zeit, da gab ihr das Leben Zitronen. Und was machte sie daraus? Melisse. Ja und so entstand die Zitronenmelisse. Das ist sie hier und wir finden die jetzt mitten im Wald eigentlich an so freieren Stellen, also kleinere Lichtung. Da fühlt sie sich ganz wohl so am Wegesrand. Da ist sie zu Hause. Mittlerweile zumindest. Hier in Mitteleuropa gab es die eigentlich gar nicht immer. Das ist eine Pflanze, die kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Aber wahrscheinlich so Klopf-Klopf. Klimawandel klopft an die Tür, breitet sie sich hier auch immer mehr aus und wird hier in gewisser Weise jetzt auch so langsam heimisch. Im Mittelmeerraum, da wo sie herkommt, ist die Pflanze schon eine ganz ganz alte Geschichte. Da wird sie schon seit sehr langer Zeit verwendet. Seit mindestens zwei Jahrtausenden schon. Liegt daran, dass da viele ätherische Öle drin sind. Die wirken sehr beruhigend, was mittlerweile auch in vielen Studien schon nachgewiesen worden ist. Sie wirkt zum Beispiel schlaffördernd, angstlösend. So eine Sachen. Aber auch so ein bisschen beruhigend auf den Magen-Darm-Trakt. Ja da auch so ein bisschen krampflösend. All so eine Sachen. Deswegen also schon eine ganz lange Anwendungsgeschichte im Mittelmeerraum. Aber im Mittelalter hat man davon hier auch gehört. Ja und die Jungs und Mädels im Mittelalter fanden die Pflanze hier auch so geil, dass sie sie sich gleich angebaut haben. Aber damals war sie wahrscheinlich noch nicht so in den Wäldern zu finden, wie es jetzt mittlerweile ist. Wie kann man sie jetzt erkennen? Ist ein bisschen schwierig, gerade wenn sie jetzt noch nicht blüht. So rein optisch sieht sie also sehr vielen anderen Lippenblütlern sehr ähnlich. Vierkantiger Stiel, kreuzgegenständige Blätter, grün. Und irgendwie sind die Blätter halt so rundherum so ein bisschen gekerbt. Eiförmig sind sie. Nichts besonderes. Ja wir haben euch ja im letzten Sammelvideo zum Beispiel das Immenblatt gezeigt. Das hat, wenn es jetzt auch noch nicht blüht, zum Beispiel sehr sehr ähnliche Blätter und sowas. Also sieht sehr ähnlich aus. Ja auch der stinkende Andorn zum Beispiel hat auch eine gewisse Ähnlichkeit. Am allereinfachsten kann man die Pflanze natürlich über ihren Duft bestimmen. Wenn man an den Blättern reibt, wird man gleich dieses ganz typische Aroma wahrnehmen von Zitrone, beziehungsweise Zitronenmelisse. Also das ist jetzt erstmal ein super Merkmal, worauf man sich da ganz gut fokussieren kann, wenn man die Pflanze sucht und dann vielleicht auch findet. Der Frühling ist in vollem Gange und man kann die Insekten jetzt oft bei ihrer Fortpflanzung beobachten. Auch bekannt als der Maitrieb. Aber Maitrieb ist eben doch ein dehnbarer Begriff. Denn auch hier haben wir einen Maitrieb und zwar den von der Fichte. Und den kann man jetzt wunderbar sammeln. Überall an den Fichten kommen jetzt so an diesen kleinen Zweigen frische Triebe raus. In so einem richtig schönen Grasgrün. Das ist auch nochmal so Deutsch. Leistungskurs vielleicht. So ein bisschen die Steigerung der Sprache. Grüngrüner Fichtentrieb. Habt ihr wahrscheinlich alle so gelernt in der Schule. Da muss man schon ein bisschen was beachten. Das sind nämlich richtig schöne Köstlichkeiten. Aber wenn man jetzt an einem falschen Baum die Maitriebe sammelt, dann sind es eben vielleicht auch so eher Tödlichkeiten. Deswegen unbedingt mal unser Video zur Eibe anschauen in der Infobox. Ganz wichtig. Denn die Eibe, die macht eben auch Maitriebe. Und die sind eben sehr tödlich. Absolut tödlich. Aber die Fichte, die sind ganz toll. Und da gibt es so zwei Merkmale, die recht wichtig sind bei der Fichte, um die zu erkennen. Das eine ist, dass die Nadeln so ein bisschen rundherum um die Zweige angeordnet sind. Jetzt nicht irgendwie in Reihen oder sowas alles. Und die sind auch wirklich spitz. Also sie sind jetzt nicht irgendwie abgerundet oder sowas die Nadeln, sondern ziemlich spitz. Da kann man einfach diese Triebe ganz easy abpflücken. Natürlich auch bestandsschonend. Das macht man auch nur bei größeren Bäumen. Jetzt nicht, wenn irgendwo nur so eine kleine Babyfichte steht, dass man da jetzt die Triebe abpflückt und die irgendwie dabei so ein bisschen blockiert größer zu werden, sondern nur bei großen und so bei mehreren Bäumen verteilt. Da ist Vitamin C drin und ätherische Öle. Das eignet sich also sehr gut für so Sirup und sowas. Oder so ein richtig dickes Sirup, was dann schon eher Richtung Honig geht. Aber man kann damit auch wunderbar zum Beispiel Eis herstellen. Also das machen wir ganz gerne. So mit gefrorenen Bananen und sowas. So ein schönes waldiges Eis. Schmeckt ja sehr zitronig, waldig irgendwie diese Triebe. Man kann sie aber auch wunderbar sauer in Essig zum Beispiel einlegen mit verschiedenen Gewürzen. Da muss man halt kreativ sein und ein bisschen ausprobieren. Man kann wirklich viel damit machen. Sogar Bierbrauen soll wohl gehen. Haben wir jetzt selber auch noch nie probiert, ob das schmeckt oder geht oder wie auch immer. Aber könnt ihr ja mal schreiben, wenn ihr das gemacht habt. Aber ja, auf jeden Fall jetzt die beste Zeit der Mai für Maiwipfel, Fichtenwipfel, Fichtentriebe, wie man sie auch immer nennen mag. Und schreibt uns gerne auch mal in die Kommentare, was eure liebsten Rezepte damit sind. Denn wir fragen uns jedes Jahr wieder aufs Neue, was sollen wir damit jetzt eigentlich machen. Machen wir die einfach in den Salat? Also wir sind da immer so ein bisschen auch am Rätseln, was wir jetzt eigentlich damit machen wollen. Schreibt es uns. Wer einem im Wald doch nicht so alles über den Weg läuft bzw. kriecht. Gerade konnten wir eine richtig tolle, interessante und vor allen Dingen seltene Blindschleiche entdecken. Ja erstmal ein bisschen überhaupt was zu Blindschleichen. Viele denken ja, es sind Schlangen. Ne, es sind keine Schlangen, sondern Echsen. Ja, das sind Echsen, die sich vor vielen, vielen Jahren irgendwie mal so dachten, Beine zu haben, ist echt anstrengend. Und dann haben sie einfach ihre Beine zurückgebildet. Ja, so ein bisschen die Evolution in den Gang gesetzt. Denn über den Bauchgriechen fanden sie halt irgendwie viel entspannter und lässiger. Und das machen sie seitdem. Die Blindschleiche ist, anders als der Name vermuten lässt, gar nicht blind. Ja, denn das blind kommt eigentlich vom altdeutschen Wort blind. Und das heißt so viel wie blendend. Ja, weil die Blindschleiche so ein bisschen so einen metallischen Glanz hat im Licht. Und deswegen heißt sie so. Aber eigentlich kann sie schon sehen. Ja, was war jetzt so das Besondere an der, die wir hier gerade sehen konnten? Die hat blaue Punkte gehabt. Für uns war das super faszinierend, das mal so zu sehen. Wir haben schon viele Blindschleichen in unserem Leben sehen können, aber eine mit blauen Punkten war noch nie mit dabei. Das liegt daran, dass es eben echt super selten ist. Also es gibt so eine Untersuchung aus Norditalien, wo nur 0,8% der Blindschleichen solche blauen Punkte hatten. Und es sind wohl vor allen Dingen immer meistens ältere Männchen, die das haben. Ja, und auch oft eher größere. Und da gibt es auch so ein paar Fragen. Warum haben die das jetzt eigentlich? Ist ja zum einen vielleicht ein Vorteil in der Fortpflanzung, dass die dann bevorzugt sich fortpflanzen können, weil sie schöner aussehen. Gleichzeitig macht es sie aber auch ein bisschen auffälliger mit so blauen Punkten. Blindschleichen haben ja auch viele Fraßfeinde, die sie gerne fressen. Also ist vielleicht so ein Abwiegen. Oder ja, wahrscheinlich kann man es sich gar nicht aussuchen. Auf jeden Fall ein super toller Fund. Ihr könnt uns ja gerne auch mal schreiben, ob ihr auch schon mal so eine Blindschleiche mit blauen Punkten gesehen habt. Ansonsten sind Blindschleichen sind leider auch gefährdet immer mehr. Das muss man auch mal sagen. Man sieht sie schon noch recht häufig. Aber dadurch, dass es sehr viele Straßen und Wege zum Beispiel überall gibt und eine sehr intensive Land- und Forstwirtschaft, ist es auch nicht so gut für die Blindschleichen. Eigentlich sind die schon so ein Kulturfolger. Also eine Art, die schon auch den Menschen gar nicht so feindlich gegenüber eingestellt ist. Aber die Räume müssen schon eher naturnah sein, in denen die lebt. Wenn ihr mehr über Natur erfahren wollt, auf jeden Fall auch nochmal einen Daumen nach oben geben und unseren Kanal mit Glocke abonnieren. Denn dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Nicht überall, wo Teufel draufsteht, ist auch Teufel drin. Diese Pflanze hier schmeckt jedenfalls überhaupt nicht nach Teufel. Wir haben es zumindest noch nie festgestellt und wir haben sie wirklich schon sehr oft gegessen. Das hier ist die ährige Teufelskralle, die jetzt wunderbar blüht. Man kann sie jetzt in Wäldern finden und zwar meistens an Wegesrändern. Hier ist es jetzt ein bisschen kalkreicherer Standort und der Boden ist so ein bisschen lehmig, jetzt auch nicht super nährstoffarm. Und da fühlt sie sich sehr wohl und an solchen Orten tritt sie dann auch gerne wirklich in riesigen Beständen manchmal auf. Da kann man hunderte Pflanzen teilweise finden. Und jetzt ist so die Zeit gekommen, wo man diese wunderbaren Blüten essen kann und sammeln kann. Zumindest da, wo die Bestände sehr groß sind. Immer ganz wichtig. Man kann sie natürlich auch, wenn man möchte, anbauen im Garten. Ja, auch eine gute Idee wahrscheinlich. Wir haben eben diese Blütenähren richtig groß und die fangen jetzt so von unten nach oben an zu blühen. Und unten sehen wir so überall lauter kleine weiße Blüten und so. Ja, richtig hübsch sieht das Ganze aus und das blüht dann jetzt so nach und nach nach oben hin immer weiter. Da kann man jetzt einfach diese Blüten nehmen, wenn man will, auch noch mit ein bisschen Stiel vielleicht. Und die entweder roh essen oder man dünstet sie. Das geht auch ganz gut. Im Frühling haben wir die Blätter gesammelt, im Winter teilweise auch die Wurzeln. Da ist ja auch sehr viel dran. Also einfach alles in allem eine wunderbar ergiebige Wildpflanze. Aber diese Blüten sind nochmal ein ganz besonders tolles Highlight. Also die sammeln wir richtig gerne. Und da ist jetzt der Mai die perfekte Zeit zu. Es ist ein bisschen unterschätzt auch. Also so in Südeuropa ein bisschen bekannter als Wildgemüse, aber hier in Mitteleuropa gar nicht mehr so bekannt. Eigentlich schade. Also die ehrige Teufelskralle, die kann man jetzt gut sammeln. Brandneu auf unserem Kanal. Das Brandknabenkraut. Wir haben es euch noch nie gezeigt. Wir haben es auch jetzt gerade erst zum ersten Mal gefunden. Und es ist eine wunderschöne Orchidee, die typischerweise im Mai blüht. Und der Name ist bei der Programm. Also man muss die jetzt nicht löschen. Man muss keine Feuerwehr rufen. Man braucht keine Löschdecken, keine Feuerlöscher. Nichts dergleichen. Auch kein Leiterwagen. Denn der Name ist insofern nur Programm, dass sie so ein bisschen verbrannt aussieht. Nämlich oben, da wo die Blüten noch nicht aufgeblüht sind, da haben wir so ein ganz dunkles Rot, was halt so ein bisschen verbrannt aussieht. Die aufgeblühten Blüten, die sind dann so richtig weiß eigentlich. Ja, aber auch so ein bisschen gesprengelt. Haben so ein paar kleine Punkte drauf in so einem Rotton. Eine wunderschöne Orchidee. Eine der kleinsten auch hier in Mitteleuropa. Ja, also die ist nur so 20 cm hoch hier. Es gibt aber auch welche, die sind hier nur so 10 cm hoch. Dementsprechend muss man da auch vorsichtig sein. Wenn man irgendwo ist, wo es Orchideen gibt, dass man nicht auf so etwas Zierliches drauf tritt. Leider sehr gefährdet durch klassische Sachen. Durch Überdüngung zum einen. Auch das Brandknabenkraut hasst Dünger. Es will magere Wiesen. Und was es auch überhaupt nicht gut findet, so wie alle anderen Orchideen, ist zu frühes Mähen. Also wenn man schon im April anfängt so eine Wiese zu mähen, kann da keine Orchidee wachsen. Denn die Wiese muss viel länger wachsen können. Denn wie gesagt, jetzt im Mai blühen die meisten Orchideen erst. Und wenn man da vorher schon mäht, dann ist nichts mit Orchideen. Also sehr, sehr schade. Könnte viel häufiger sein auch. Das Brandknabenkraut. Jetzt wird wieder Make-up aufgetragen. Wir sind ja auch auf einem Kanal, hier geht es auch mal um Make-up. Und zwar um Make-up für Asphalt und für Autos und all solche schönen Sachen. Sollte man nämlich auch unbedingt berücksichtigen. Auch Straßen wollen mal ein bisschen anders aussehen. Oder Autos. Ich finde es auch nicht gut immer nur so schwarz zu sein oder so in einer Farbe die ganze Zeit. So ein schönes Gelb hin und wieder da drauf. Das tut der Sache richtig gut. Und hier haben wir jetzt die Quelle fürs Make-up. Nämlich die Waldkiefer. Und die fängt jetzt so gut wie an zu blühen. Teilweise blüht sie schon. Und die setzt dann den Pollen frei. Den Kiefernpollen, auch bekannt als Pinepollen. Und der ist gerade überall in der Landschaft auch sichtbar teilweise. Wo er sich so ansammelt und so eine schöne Schicht bildet. Ja, der Kiefernpollen, der enthält Testosteron. Der enthält auch unfassbar viele Nährstoffe. Also das ist so ein richtiges Paket, was sich da die Natur zusammengeschnürt hat an Nährstoffen. Und dementsprechend ist dieser Pollen schon sehr interessant. Auch durchaus für die Ernährung. Und wenn ihr mal wissen wollt, was da genau alles drin ist und so und wie man den jetzt überhaupt ernten kann, dann muss man ja auch erstmal irgendwie hinkriegen. Wir wollen ihn ja jetzt nicht von der Straße abkratzen. Dann schaut am besten mal unser Porträt dazu an. Jetzt gibt es mal wieder ein paar schöne Gourmetpilze. Nämlich Stockschwämmchen. Ja, die Stockschwämmchen sind da. Die sind eigentlich fast immer da. In gewisser Weise. Wir hatten mal unseren frühesten Fund so vor zwei Jahren oder wann das war. Im März. Ja und jetzt hier im Mai ist auch schon eine typische Zeit für die. Ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Auch wenn sie schon ihren Schwerpunkt natürlich im Herbst haben. Das ist klar. Aber man kann vereinzelt jetzt immer schon mal welche finden. Standort Totholz. Hier ist so ein Baumstumpf. Der ist schon richtig morsch und schon ziemlich alt. Und der ist jetzt hier komplett besiedelt. Braucht dann durchaus auch ein bisschen Regen natürlich vorher. Dass die auch kommen so. Dass dieses morsche Holz nochmal schön feucht ist und so. Wir haben jetzt hier mal so ein Faktor, der beim Pilzesammeln immer eine große Rolle spielt. Ja und da denkt man natürlich überhaupt nicht dran. Weil ist ja ganz entfernt. Aber ja die Natur. Und zwar sehen wir jetzt hier die Stockschwämmchen. Und eigentlich haben wir jetzt ein Merkmal, was bei denen ja ganz typisch auch ist. Ja gerade wenn die noch so schön frisch sind. Dass die auch so ein bisschen so einen leichten speckigen Glanz durchaus haben. Gerade wenn sie so ein bisschen feuchter sind oder sowas. Aber jetzt hier sehen sie fast so aus, als hätten sie Schüppchen auf dem Hut. Das kann man jetzt hier überall sehen. Das sind einfach Pollen. Die sind komplett voll mit Pollen. Und deswegen scheint es so ein bisschen so, als hätten die Schüppchen. Ja wir schauen uns die mal nochmal ein bisschen an. Denn es ist ja schon ein Pilz, der tödliche Verwechslungspartner hat. Das ist ganz wichtig die richtig zu bestimmen. Es wachsen sehr viele Pilze auf so morschem Holz. Was wir hier eben haben ist, am Stiel sind Schüppchen. Ja wir haben wie so ein Ring. Irgendwie so eine Ringzone. Und darunter sind ganz viele Schüppchen. Die sind nur ganz klein. Die sieht man vielleicht auch nur gut mit einer Lupe. Vielleicht sieht man sie auch so gut. Aber die müssen unbedingt da sein. Diese kleinen Schüppchen. Sonst auf gar keinen Fall Stockschwämmchen sammeln. Dann sind es nämlich vielleicht keine. Sondern Gifthäublinge. Tödlich giftige Pilze, die das gleiche Gift haben wie der grüne Knollenblätterpilz. Das will man auf jeden Fall nicht essen. Es gibt auch noch schöne andere Verwechslungspilze. Zum Beispiel den grünblättrigen Schwefelkopf. Der wächst jetzt auch schon ganz typisch um die Jahreszeit. Der ist genauso wie das Stockschwämmchen. Eigentlich so wie die Fröste weg sind, kommen die. Und die bleiben dann auch wieder bis die ersten Fröste da sind. Also ist so ein richtiger Langzeitpilz. Und der hat ja nun wieder diese ganz markanten gelblich-grünlichen Lamellen und sowas. Also das Stockschwämmchen muss auf jeden Fall die Schüppchen haben. Dann haben sie auch einen sehr angenehmen Duft. Auch ein wichtiges Merkmal. Die riechen richtig schön pilzig-aromatisch. Zum Beispiel der Gifthäubling. Der riecht ja eher so ein bisschen mehlig. Komisch, ja nicht so gut. Und ja wie gesagt, der Hut, der eigentlich natürlich keine Pollen-Schicht hat. Es sei denn, es sind Pollen da. Der ist Hygrophan. Das kann man hier auch bei denen schön sehen, wenn man die Pollen so ein bisschen wegwischt. Das heißt, in dem Fall haben wir hier oft so einen recht dunklen Hutrand und dann wird es wieder heller. Und in der Hutmitte ist er wieder so ein bisschen dunkler. Das heißt also Hygrophan ist eben immer so, dass so die Intensität der Farbe, die Sättigung da so ein bisschen sich verändern kann mit der Zeit. Das hängt auch ein bisschen von der Feuchtigkeit ab und so. Und ja, der wächst eigentlich fast immer auf Laubholz. Also das Stockschwämmchen. Auch ganz wichtig. Aber hier könnte man das jetzt überhaupt nicht mehr sagen, was das hier mal für ein Gehölz war. Das ist halt schon so morsch. Aber wunderbar, weil wenn man den jetzt hier einfach mal absammelt, den Stumpf, dann ist der Korb eigentlich schon fast voll. Es ist eine Mahlzeit zusammen. Also es ist schon ein sehr ergiebiger Pilz, aber man muss da schon sehr sehr vorsichtig beim Sammeln sein und sich auch jeden Pilz einzeln durchaus mal angucken. Dann könnte ja doch sein, dass sich vielleicht doch irgendwo mal ein Gifthäubling mit runter mischt. Also wir haben euch ja mal auch vor einiger Zeit mal in einem Sammelvideo eine Stelle zeigen können. Da war es ja wirklich so, da wuchsen die Stockschwämmchen und ganz dicht daneben wuchsen Gifthäubling. Also können wir euch auch nur empfehlen das auch nochmal anzuschauen. Dieses Video, da kann man das auch nochmal schön sehen, wie schnell sowas passieren kann. Und plötzlich passiert dann sowas. Man findet Stockschwämmchen und da steht einfach eine Morchel nebendran. Also es ist unglaublich. Eine Spitzmorchel haben wir hier und vom Habitat her waren wir jetzt hier auch natürlich, also wir waren überhaupt nicht auf Morcheln aus. Wir wären niemals hier an diese Stelle überhaupt hingegangen, wenn jetzt hier nicht die Stockschwämmchen gewesen wären. Weil das ist jetzt hier schon, das sah jetzt hier nicht so aus, so vielversprechend für andere Pilze. Aber ja, eine Spitzmorchel. Und was haben wir hier für Bedingungen? Tatsächlich welche, wie wir sie auch an anderen Spitzmorchelstandorten vorfinden. Also ist es vielleicht gar nicht so überraschend. Wir haben hier Fichten und Weißtannen, beides. Und auch jetzt nicht nur so junge, sondern auch durchaus schon ein paar ältere Exemplare. Und was ganz wichtig ist hier, der Waldweg, der Forstweg ist geschottert. Wir wissen nicht mit welchem Gestein, aber es sieht ziemlich genauso aus nach dem gleichen Gestein, wie auch an den anderen Standorten. Also es scheint eben so ein basisches Gestein irgendwie zu sein, womit die Wege geschottert sind. Und wir sind jetzt hier wieder in dieser typischen Übergangszone zwischen dem Weg und wo der Wald so richtig losgeht. Ja, denn dieser Wald hier, der ist eigentlich quietschsauer. Hier sind überall Heidelbeeren und lauter Säureanzeiger. Und die Maulchen wachsen eben genau in dieser Übergangszone, wo es halt wahrscheinlich von dem Schotter ein bisschen basisch ist, von dem Wald ein bisschen sauer und irgendwie hier vielleicht so ein bisschen ins Neutrale reingeht oder sowas. Also wieder so ein ganz typischer Standort. Hier ist so Moos und Gräser und so. Sieht ziemlich ähnlich aus, aber hat uns jetzt mega überrascht. Die bleibt aber natürlich hier, denn die ist schon ein bisschen drüber, schon ein bisschen zerfressen. Plus die muss ja unbedingt aussporen hier. Wir wollen nächstes Jahr hier welche finden, wenn wir dann gezielt hierher kommen. Denn es ist ein neuer Spot fürs nächste Jahr. Dieses Kraut hier erzählt gern unanständige Sachen, aber nicht allen. Denn wenn man die hören will, dann muss man nachts bei Neumond losgehen und von zehn verschiedenen Pflanzen immer ein Blatt essen. Wenn man dann unreinen Herzens ist, aber auch nur dann, dann hört man die bösen versauten Geschichten. Das Kraut hier ist das Ferkelkraut und wir haben uns gerade einen neuen Mythos ausgedacht. Also könnt ihr ja weiter in die Welt tragen. Vielleicht wird man ja in 100 Jahren sich so erzählen, ja damals die Leute, die haben das so gemacht. Können wir ja mal versuchen. Das Ferkelkraut ist was ganz tolles eigentlich und doch was ziemlich unbekanntes. Es ist eine Wildpflanze, die ist sehr häufig. Also hier wächst jetzt auf einem Forstweg, die wächst aber auch super gerne so auf Wiesen und an Waldrändern und sowas. Eigentlich ziemlich häufig und als Wildpflanze, so als essbare Wildpflanze gar nicht so bekannt. Also gerade hier so in Mitteleuropa. In Südeuropa schon eher. Anscheinend gibt es davon sogar in Griechenland irgendwie so eine Zuchtform und sowas. Ja und auch in Italien ist es wohl ein bisschen bekannter, die Pflanze. Aber hier recht unbekannt, auch medizinisch sehr unbekannt. Also hat jetzt auch keine großartige Geschichte in der Naturheilkunde. Einfach nicht so richtig existent. Über die Inhaltsstoffe wissen wir auch so gut wie gar nichts tatsächlich. Es gibt eben so Pflanzen, die sind so häufig, die sieht man die ganze Zeit und doch weiß man nichts über die. Das ist sowas. Man weiß halt schon, dass sie jetzt anscheinend nicht giftig ist und sie zählt als essbare Pflanze. Jetzt ist ja so langsam eine Zeit, wo ja doch durchaus viele Wildpflanzen nicht mehr so gut sind. Wo jetzt schon die ersten Blätter von manchen Pflanzen so ein bisschen fade werden oder wo die Pflanzen jetzt schon so ein bisschen zu blühen anfangen und einfach das nicht mehr so das wahre ist. Und da ist jetzt das Ferkelkraut was ganz tolles. Da finden wir jetzt gerade so Rosetten auf dem Boden und das blüht dann auch erst im Sommer das Kraut. Und deswegen ist jetzt eigentlich eine gute Zeit, das zu finden und auch zu ernten, die Blätter. Und es wird teilweise auch so ein bisschen als falscher Löwenzahn bezeichnet. Das ist deswegen, weil es ein bisschen Ähnlichkeit hat von der Blattform her, aber auch von der Blüte her so entfernt. Also es ist jetzt nicht so super leicht bestimmbar, wenn man es jetzt noch nicht so oft gesehen hat. Aber irgendwann kennt man es ganz gut. Wir haben Zähne außen an dem Blatt. Das sind so längliche Blätter. Die sehen so ein bisschen aus vielleicht wie so Zungen durchaus. Schmale Zungen. Aber die haben rundherum so Zähne. Und die sind aber nicht spitz, sondern immer abgerundet. Und dann sind diese Blätter auch ziemlich behaart. Also man spürt es und man sieht es auch. Und was auch noch ganz typisch ist, so im Sonnenlicht oder so haben wir ein bisschen wie so einen fettigen Glanz auf den Blättern. Auch ein ganz typisches Merkmal. Und wie gesagt, die kommen so in Rosetten und sind dann auch einige Zentimeter lang die Blätter. Also so zehn Zentimeter oder mehr sind da schon möglich. Was bei dem Kraut das Tolle ist im Vergleich zum Löwenzahn. Das ist so gut wie überhaupt nicht bitter. Also wer jetzt bitter nicht so mag oder so, oder sich so ein bisschen nach milderen Wildpflanzen umschaut, wird hier fündig beim Ferkelkraut. Das ist also was richtig schön mildes. Passt wunderbar in Salate. Schmeckt so leicht, nussig und einfach toll. Was auch noch ein Merkmal ist, das tritt jetzt hier so langsam zu Tage, da musst du jetzt noch warten, ist auch eine Milch. Also das milcht auch so ein bisschen. Wenn man die Blätter abgepflückt hat, kommt dann irgendwie so eine Milch raus. Die ist am Anfang weiß und die verfärbt sich dann recht schnell. Also hier geht es jetzt in so ein gelb-braun schon rein. Also das kann man auch ganz gut jetzt zu der Zeit bei der Pflanze beobachten. Wie gesagt, Studien gibt es so gut wie nichts dazu. Also da kann man noch ganz viel forschen. Es gibt nur so ein paar ganz kleine Tierversuche, die nicht auf Menschen übertragbar sind, wo sich so eine schmerzlindernde Wirkung gezeigt hat und eine Muskelentspannende aus bestimmten Extrakten. Aber wie gesagt, das ist alles jetzt noch nicht so der Rede wert. Da geht noch einiges. Also das Ferkelkraut. Spread the word. Jetzt haben wir noch mal was besonderes gefunden, was richtig schön ist, was wir jetzt in Baden-Württemberg bisher noch gar nicht gefunden haben. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Wir kennen diese Pilzart eigentlich eher bisher aus Brandenburg. Hier haben wir wunderbare Lorcheln gefunden. Die Giftlorchel, die Frühjahrsgiftlorchel, die wächst hier an so einem Holzlagerplatz. Hier sind teilweise so Rindenstücken und Holzstätter und auch Äste und Baumstämme. Ja, und hier wachsen sehr viele Lorcheln. Also bestimmt mindestens an die 30, wahrscheinlich sogar noch mehr überall. Und hier sieht man sie mal richtig schön, wie sie so aussehen. Ja, sind jetzt hier auch ein bisschen mit Pollen voll. Das muss man sich auch wieder wegdenken. Aber wir haben eben einen Hut, der schon wirklich sehr an den Gehirn erinnert. Das ist halt dieses hirnartig gewobene. Also sehr markant irgendwie so von der Form her. Wir haben jetzt hier so ein dunkelbraun. Ja, manche gehen hier schon ins Schwarze sogar fast vom Hut her. Und dann haben wir da drunter einen Stiel, der auch sehr runzelig ist und weiß. Ganz schick auf jeden Fall auch. Und ja, wir haben einen sehr interessanten Duft auch. Der erinnert uns nämlich ganz stark an die Morcheln. Also die riechen schon sehr ähnlich nach Morcheln, riechen unfassbar lecker. Aber ja, das große Problem, Frühjahrsgiftlorche, da hat man es ja schon, die ist unfassbar giftig, ne? Dieser Pilz. Roh auf jeden Fall safe ein Ticket in den Tod. Ja, wenn man die jetzt roh essen würde, da führt dann gar kein Weg mehr dran vorbei am Tod. Das ist dann sicher. Und in Osteuropa werden sie ja teilweise zubereitet, ja auch immer noch jetzt. Da werden sie halt gekocht sehr lange in Wasser und dann wird das Wasser weggegossen. Und so werden sie dort sozusagen essbar gemacht. Aber das ist eben nicht ganz ohne Restrisiko. Man ist da nicht auf der sicheren Seite, dass die Gifte da wirklich hundertprozentig draußen sind. Also die können immer noch drin sein welche und es kann immer noch zu einer Vergiftung führen. Plus es ist dann auch noch Kanzerogen, wie es aussieht. Also auf lange Sicht kann es auch noch Krebs auslösen, wenn man diese Pilze isst. Also in vielerlei Hinsicht eine gefährliche Sache. Und wenn man die kocht im Topf, die Dämpfe, da sind dann halt die Gifte des Gyrometrin viel drin. Wenn man die einatmet, dann hört man schon so langsam so ein Lied in der Ferne. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ja, denn diese Dämpfe sind halt dann auch giftig. Und wenn man das in der Küche macht, die auszukochen, dann kann man halt auch umkippen. Da atmet man das ein und dann ist auch teilweise vorbei. Also eine sehr gefährliche Pilzart auf jeden Fall. Überhaupt nicht zu unterschätzen. Aber trotzdem was Schönes. Und der Standort ist eben bei denen eigentlich gerne so im sauren Nadelwald. Also so in Brandenburg findet man die zum Beispiel ganz häufig in diesen typischen Kiefernforsten auch. So auf Sandboden unter den Kiefern. Und hier in dem Fall ist es jetzt auch sauer. Hier haben wir jetzt eher so einen Granitboden oder sowas. Und hier haben wir jetzt eher Fichten und Tannen. Aber diese Holzlagerplätze, die lieben diese Pilze eben sehr. Und da kann man die finden. Aber sollte man auf jeden Fall kennen, damit man sie nicht isst. Früher hat man es teilweise eben auch hier noch gemacht. Da hatten sie auch noch einen anderen Namen. Da war der Trivialname tatsächlich mal Speiselorche. Und im wissenschaftlichen Namen steckt ja auch noch Esculenta drin. Heißt ja auch sowas wie esbar und sowas. Aber halt alles Irrtümer, gefährlich. Ist schon sehr viel passiert mit der Pilzart. Also haben schon viele Menschen Vergiftungen von gehabt und sind auch daran gestorben. Hier haben wir jetzt die Lorchel und das Mikroskop gepackt. Wir können wunderbar die ganzen Schläuche, also ASCII sehen. Und wir sehen auch Sporen und die sind elliptisch. Und in jeder Spore finden wir immer zwei Öltröpfchen. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel an der geschnuppert, denn ich glaube ich bin im Himmel. Wir haben hier tatsächlich nochmal Morcheln gefunden. Und jetzt auch richtig schöne. Und es ist einfach mal Mitte Mai. Es ist jetzt nicht irgendwie April oder März, sondern es ist Mitte Mai. Und hier wachsen die Spitzmorcheln. Aber wirklich richtig gut gemacht auch die ganze Angelegenheit. Schön trollig wieder. Denn sie wachsen hier zusammen mit Giftlorcheln. Hier sind es nicht mal 10 cm von der einen Spitzmorchel zur Giftlorchel. Die sind hier wirklich direkt nebeneinander wachsen. Und es ist hier eben auch immer noch der Holzlagerplatz. Es sind jetzt hier wahrscheinlich so diese klassischen Rindenmulchmorcheln. Weil hier auch Rindenmulch liegt. Von alten Fichten und sowas. Und die teilen sich jetzt hier wirklich den gleichen Standort. Beide Pilzarten. Und da haben wir eine wunderbare, absolut leckere Speisepilzart neben einer absolut tödlichen Giftpilzart. Aber ist natürlich super. Denn so sieht man jetzt auch nochmal ganz deutlich, wie sie sich dann doch unterscheiden. Also wenn man sich das mal anguckt. Die Spitzmorchel mit diesen Waben und diesen ganz auffälligen Längsrippen. Und im Vergleich dazu die Giftlorchel mit diesen hirnartigen, die so hirnartig gewoben ist. Die hat keine Waben. Die Morchel hier, die hat Waben. Auch der Stiel ist schon anders. Die Giftlorchel, der ist viel so runzlig, grubig irgendwie. Und der von der Spitzmorchel, der ist recht glatt. Der ist zwar so ein bisschen gleich von der Oberfläche. Aber sonst jetzt bei weitem nicht so wie hier. Und wenn man sich die dann mal im Querschnitt anschaut, beide Pilzarten. Dann sieht man auch nochmal, wie unterschiedlich die da aussehen. Die Giftlorchel, da sieht man auch nochmal so diese ganzen Hohlräume und Kammern und sowas alles. Das sieht bei der Spitzmorchel ganz ganz anders aus. Die hat sowas von innen alles nicht. Also toll. Und hier wirklich unfassbar schöne Spitzmorchen. Essbar, verwendbar noch. Frisch. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, dass wir jetzt hier auch schon auf ein paar Höhenmetern unterwegs sind. Also das wissen sie jetzt nicht genau. Aber es könnten so 900 bis 1000 Höhenmeter sein. Also deswegen wahrscheinlich auch jetzt das späte Auftreten dieser Pilzart nochmal. Aber es ist natürlich ein absolutes Prachtwerk hier. Wunderbar. Also ganz dicht und so auffällig, wie die hier aus dem Gras raus gucken, dass die hier noch niemand gefunden hat. Also ist natürlich auch ein bisschen Glück in der Sache. Hier auch nochmal ein bisschen eine mit einem krummen Hut. Und hier eine. Da fehlt die Spitze. Ja gut, die sieht schon ein bisschen lorchliger aus. So ohne ihre Spitze. Aber sie hat immer noch die Waben. Also ganz klar. Ja. Und hier nochmal eine schöne. Also richtig, richtig prächtig. Wie Zipfelmützen. So soll es aussehen. Hier haben wir jetzt auch mal ein bisschen am Stiel. Bei der nochmal. Ja der ist auch so ein bisschen grubig. So zur Basis hin bei dieser Spitzmorchel hier. Aber es ist halt doch eine andere Art. Man sieht also hier ist es viel deutlicher bei der Lorchel. Noch viel intensiver ausgeprägt. Bei den Morcheln ist die Grubigkeit ein bisschen dezenter. Schöne Morcheln. Die kommen auf jeden Fall mit. Die Lorchel kommt auch mit. Aber nur für ein bisschen Untersuchungen noch. Die wollen wir uns noch ein bisschen näher zu Hause anschauen. Aber die wird natürlich nicht gegessen. Hier haben wir jetzt die Morchel und das Mikroskop gepackt. Und auch hier konnten wir tolle Schläuche also ASCII sehen. Aber mit den Sporen war es wesentlich schwieriger als bei der Lorchel. Aber ein paar haben wir dann doch gefunden. Und die sind hier in dem Fall so ja elliptisch bis eiförmig und ohne Öltröpfchen. Also in Sachen Morcheln läuft es überraschenderweise heute irgendwie fast besser als in der Hauptsaison. Es war ja dies Jahr jetzt nicht so überragend viel zu finden. Aber jetzt hier geht es schon wieder weiter. Eine andere Holzlagerstelle unwesentlich weiter. Und hier wunderbar. Richtig schöne Morchel. Noch eine schöne Morchel. Ja gut. Und hier eine Morchel. Ja und die wachsen hier am Wegesrand. Hier aus. Hier ist so ein bisschen. Ja hier ist so Holzstücken liegen hier rum und so ein bisschen Schotter und sowas. Und dann haben wir jetzt hier auch ganz spezielle. Die jetzt hier wirklich an so einer unglaublich verdichteten Stelle hier wachsen. Also der Boden ist hier sowas von platt und fest gefahren. Aber hier wachsen doch einfach die Morcheln. Ja schon spannend. Hier noch eine. So. Und hier noch eine. Also gut, gut. Muss man ein bisschen abstauben teilweise. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Natur macht einen riesen Spaß. Und noch mehr Spaß macht sie, wenn man auch was darüber weiß. Und dieses Wissen könnt ihr euch zum Beispiel mit unserem Buch Mittendrin im Draußen aneignen. Oder ihr holt euch auch unseren Kalender für 2023 Wilde Wunder vor der Haustür. Mit von Vanessa gezeichneten Illustrationen und von uns beiden geschriebenen Texten. Und jetzt gibt es ein kleines Quiz. Was haben wir denn hier Schönes? Schreibt uns mal in die Kommentare, was das hier für eine Pflanze sein könnte. Im nächsten Sammelvideo werden wir es dann auflösen. Und jetzt noch ein kleiner Tipp zum Abschluss. Hier eine wunderbare Playlist über essbare Wildpflanzen. Oder auch hier ein super Video, was ihr euch auch unbedingt anschauen könnt. Und dann würde ich sagen, bis bald im Wald.